Moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Prediction-Tipp hier bei den Schilling Gamern in Fortnite. Mit dabei habe ich heute wieder den Bob. Hallo. Ja, und ihr seht ja hier... Alter... Kannst du mal aufhören? Ihr seht ja hier auf der Karte... Wo sind wir denn hier überhaupt? Wo sind wir überhaupt? Wieso sehe ich mich gar nicht auf der Karte? Rechts außen. Da ist das Wasser auch schon so ein bisschen gewandelt. Und da sehen wir jetzt, dass es hier so Schiffswracks gibt. Vielleicht... Das Wasser irgendwie auch weg ist, ne? Darüber sprachen wir schon mal in einem anderen Video. Vielleicht Prediction, dass es Fluch der Kerebig bald geben wird. Und Nebel. Zumindest irgendwas mit Piraten. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass wir da richtig liegen oder ob ihr da auch Bock drauf hättet. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt Fortnite bei den Schilling Gamern. Vielen Dank und tschau tschau. Tschau.